So, jetzt zeige ich euch eine neue Loombox von mir. Und zwar ist die dreistöckig und ähm, die hat nur 3 Euro gekostet. Das ist sehr, sehr gut. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe eine Gekka. Und ja, die möchte ich euch zeigen. Als erstes, wenn ich wundere, was das ist, das ist ein Loombrett. Aber das hat hier diese Dinger und da, naja, hier muss die ich wieder rankleben. Und damit kann man die da so zusammenfügen. So, dass das ein Brett wird. Ja, und das ist dann halt so ein richtig großes Brett. Dann habe ich hier zwei Haken. Ein Monster Rain, eine Anleitung, zwei Häkelnadeln und ein sowas. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie das heißt. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. So, hier sind dann eine schwarze Loomband, weiße Loomband, Anhängerperlen mit Buchstabenperlen. Hier sind auch ein paar gemäckte Sachen, das finde ich schön. Aber wo das eigentlich so lange Mäfag ist, hier habe ich das hier gemacht. Und ja, das finde ich sieht aus, eher ein Frau Rosmiley. Echt nicht lächelt der ja gar nicht. Und irgendwie so. Keine Ahnung. Das klingt ganz schlecht. Ja. Die geht ja nicht so schnell auf. Hier sind dann meine Regenbogenfarben. So ein Amigrün. Dann dunklen, hellgrün, blau und lila. Hellrosa, dunkelrosa, orange, orange, roh. Dann kommen wir zu den Special-Gummis. Da waren alle welche, die in drinnen weiß sind. Welche sind geputet, aber hier war ich hier noch ein weiß. Und hier sind welche, die sind so getupft, also zwei von der Farbe und zwei von der. Es sind mehrere, kann nicht mehrere sagen. Und hier so ein Nüssenarsch, auch vier getupften, drei verwegt getupften und zwei vergetupften. Und Wenig getupften. Hier ist Gin. Hier ist das Hichtig. Hier ist Mischmasch. Hier ist Bees. Und hier ist Geld. Ja. Das war's eigentlich schon mal wieder. Äh, das ist immer wieder schnell, finde ich. Ja. Und falls ihr Bock habt auf eine Verlosung, schreibt es in den Kommentaren, dann würde ich die verlosen und noch zwei andere, drei stückige Loombands-Boxen. Und ja. Schaut doch auf meiner Instagram-Seite, ich rede schnell mal. Schaut doch auf meiner Instagram-Seite Loomboom ähm, vorbei. Da könnt ihr mir auch Fragen stellen zu Loombands oder wenn ich was machen soll oder keine Ahnung. Fragen mit Loombands, dass ich ein A zu B mache. Oh naja. Gut, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann kommt ihr da uns hoch. Abonnieren, kommentieren und liken. Bye.